Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin. Oh mein Bart sieht ganz zerzaust aus. Das ist nur ein kurzes Zwischenvideo zu meinem Geburtstag. Ihr habt ja gesehen, in den letzten Tagen ist jetzt nicht wirklich was gekommen im Kanal. Ja, das hat einmal damit zu tun, dass das mir halt nicht so gut ging. Nicht körperlich, körperlich nicht, also gefühlstechnisch irgendwie. Und ich war halt lustlos, antriebslos und das hättet ihr gemerkt. Das hättet ihr gemerkt, dass ich da keine Lust auf Videos machen habe und wäre zu trocken, wäre zu blöw gewesen und deswegen habe ich das in der Zeit gelassen Videos zu machen. Heute ist mein Geburtstag. Seit heute früh geht es schon etwas besser. Ja, ich möchte erst mal meine Freundin von hier aus grüßen, ganz lieb. Die ist nämlich nicht da, die ist arbeiten. Dann möchte ich den Sebastian und die Steffi grüßen, die jetzt Teil meines Teams sind. Teil des Teams soweit, die übernehmen die Arbeit auf meinen Facebook-Seiten. Ihr habt bestimmt gemerkt, dass da jetzt öfters was gepostet wird. Da müsst ihr wirklich jetzt aufpassen. Da ist der mein Bild und dann steht auch Odins Test da und dann steht dann da aber, dass es von Sebastian oder von Steffi geteilt wurde. Da müsst ihr dann aufpassen. Das bin denn nicht ich. Weil ich schaffe es nicht, den Kanal, Twitter, Facebook alles unter ihren Hut zu kriegen und ich habe auch eine Tochter und ein Privatleben halt. Ja, das ist halt die eine Änderung. Wie gesagt, es wird demnächst wieder Videos geben. Ich habe hier schon Karton stehen von Ligavo, was ich ja schon mal in einem Vor-Unboxing gemacht habe. Das werde ich dann jetzt die Tage anfangen, abzuarbeiten. Dann die Änderung mit dem Team. Und die nächste Änderung wird sein, dass meine Freundin ist auf Montagetätigkeit. Also Montagearbeit. Also ist halt nicht so oft da. Und da Familie natürlich vorgeht, möchte ich dann in der Zeit logischerweise für meine Familie da sein, also für meine Frau und für meine Tochter und möchte dann natürlich nichts machen. Also kann es sein, weil sie ist ja auch Wochenende arbeiten. Wenn das auf ein Wochenende fällt, wo sie arbeiten muss, wo Hangout ist, dann wird Hangout sein. Dann ist sie natürlich ein Wochenende zu Hause, dass sie Donnerstag oder Freitag schon nach Hause kommt oder Freitagabend, dann fällt der Hangout natürlich kurzfristig aus. Das werde ich dann in, deswegen auch die Teammitglieder, weil wenn sowas kurzfristig ist, dann werde ich den Laptop natürlich auch auslassen. Dann schreibe ich über WhatsApp meine Teammitglieder an, also meine Administratoren oder Redakteure. Redakteure sind sie bei O-Dienst-Tests. Schreibe ich meine Redakteure an und die posten dann, ey Leute, sorry, heute kein Hangout. Oder wenn ich wieder mal krank werde, weil gestern hat es mich auch schon wieder hier im Rücken. Ich stecke aus dem Auto aus, auf einmal zieht es. Aber bis jetzt geht es noch. Ich habe es gewärmt und so, aber bis jetzt geht es noch. Ja, das sind halt die wichtigen Änderungen. Ich hoffe, ihr versteht es, dass da in dem Augenblick die Familie natürlich vorgeht, weil wenn man sich schon nicht so oft sieht, dann möchte man natürlich auch die Zeit mit seinen Lieben verbringen. Ich denke mal nicht, dass da irgendjemand das nicht verstehen wird. Ich bin trotzdem weiterhin da. Ich mache trotzdem weiterhin Videos. Das ist alles kein Problem. Aber halt, die Familie geht nun mal vor. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Wenn euch die Antwort gefallen hat, wenn ich das für eine Familie da will, lasst einen Daumen oben da. Was weiß ich, kommentiert es einfach mal. Mich würde interessieren, ob ihr mich da verstehen könnt, dass ich da nur für die Familie da sein will. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.